In ihrer aktiven Karriere stand Barbara Schett zweimal im Achtelfinale der French Open 2000-2001. Doch auch nach ihrem Karriereende ist sie jedes Jahr wieder in Roland Garros zu sehen. Als TV-Moderatorin führt die Tirol Erin seit Jahren charmant und eloquent durch das Tagesprogramm von Eurosport. Abseits des Turniergeländes fand sich aber auch Zeit für ein kleines Fotoshooting in Paris. Bilder, die wir euch nicht vorenthalten wollen, Babsi Schett verzaubert mit diesem Fotoshooting in der Stadt der Liebe ihre Fans. Bild 1 von 18 Urheberrecht GEPA Bild 2 von 18 Urheberrecht GEPA Bild 3 von 18 Urheberrecht GEPA Bild 4 von 18 Urheberrecht Laola 1 Weiters behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.